Steinbock, herzlich willkommen. Steinbock, was geht ab? Fünf bis sieben Tagen. Ja, wir schauen mal, was passiert. Wow. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es geht darum, ein unruhiger Geist, ja, schläft nicht. Wenn man ganz viele Schmerzen hat, kann man sich nicht auf das Wichtige konzentrieren, weil der Schmerz kann einen blockieren. Wenn man zu viele unterbewusste, bewusste Baustellen hat, im Bereich Liebe, im Bereich Sorgen, ja, wenn man zu wütend ist, wenn man nicht klar denken kann, wenn man zu sehr anhaftet an einer Situation, an einem Menschen, ja, kommt man nicht auf die Püche. Und hier geht es darum, du brauchst ein bisschen Ruhe emotionaler Natur, körperlicher Natur. In den nächsten fünf bis sieben Tagen sollst du dein Leben ein bisschen ordnen, deine Freizeit ein bisschen anders kreieren, ja, deine Gesundheit ein bisschen mehr achten, deine Emotionen in eine bessere Frequenz bringen. Viele Steinböcke braucht ihr Hilfe, therapeutische Hilfe, ärztliche Hilfe, wie auch immer, brauchst du meine Hilfe, private Legung, Liebesritual, ja, Wegöffnung, Blockadenlösung, Therapie, was auch immer, schreib mich an, ich helfe dir gerne. Auch für eine private Legung, Express-Notfall, weil viele Steinböcke, nächste Woche geht es darum, in der Ruhe liegt die Kraft, okay, dein Körper kann nicht regenerieren, deine Seele kann nicht zur Ruhe kommen, dein ganzes Sein kann nicht das bekommen, was es sein, was es bekommen soll, weil ein unruhiger Geist, den du mit dir rumschleppst, ja, barrikadiert dich oder stört dich daran oder hindert dich daran, in deinen Flow zu kommen. Vorsichtig in den nächsten fünf bis sieben Tagen, nimm diese Nachricht, nicht vielleicht ganz ernst, aber schon von sehr wertvoller Hilfe, weil Geduld und Ruhe werden wichtig sein, du wirst es mir noch berichten. Und danken vor allen Dingen, alles Liebe, bye.